Aber wir versuchen halt auch auf der Gamescom irgendwie dann, da werden wir auf jeden Fall was filmen und so, da wird auf jeden Fall von da aus auch irgendwie Vlogs oder sowas geben. Das ist auch die einzige Möglichkeit so für mich, irgendwann mal Vlogs hochzuladen, weil ich das sonst... Jo Leute, euer Beats, heißt es euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin aus dem Urlaub, liebe Freunde. Und ihr seht das Ganze jetzt einen Tag, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin. Das heißt also, ich bin von mir aus jetzt gesehen heute aus dem Urlaub gekommen. Und ihr seht es halt einen Tag später, das heißt, ich bin von euch aus gesehen gestern aus dem Urlaub gekommen. Und ja, wir spielen übrigens, damit ihr Bescheid wisst, eine Runde Skywars mit dem lieben Let's Phil. Moin, warte, ich hab was für dich. War ja schon länger her, seitdem wir das letzte Mal ein Video zusammen gemacht haben. Das stimmt, das stimmt. Und ja, er hat das Kit Tank und ich hab das Kit Angler. Ja, ich hab dir hier auch Rüstung hingeworfen. Ja, die hab ich schon aufgehoben, oder? Ah, ne, Quatsch. Ne, ne, hier. Hast du nochmal was hingeworfen? Okay, Schatz 2, ich hab Schatz 2, gut. Und dir Schwert, auch noch. Oh, das ist sehr nice. Muss sein. Muss sein. Okay, hast du, ich hab voll viele Steine. Und ich hab auch 5 Dias hier. Oh, danke, danke, danke. So, guck mal, die beiden, die schon mal kann ich hier mal rüberlaufen. Okay. So, okay, dann brauchen wir jetzt mal rüber. Aber für alle PvP-Fails oder sonst was, was so krass ist, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich hab, ja, wie gesagt, jetzt fast zwei Wochen keinen Minecraft mehr gespielt. Und ja, deswegen dann dementsprechend ein bisschen ungewohnt jetzt. Aber, sollte der... Oh, fuck, Alter, ich wollte gar nicht springen. Aber, das sollte zu schaffen sein. Okay, nice. Oh, du musst dir helfen. Oh, das Crafting-Pet. Ja. Und? Und? Den, den packen. Alter, komm, ich lass ihn dir. Ich lass ihn dir. Ja, ich bin, aber gleich down. Nein, geh weg. Oh, fuck. Oh, nein, okay. Ein Herz hatte ich noch. Achso, okay, ja, gut. Gut, egal. Ich bin nicht besser mal draufgegangen. Warte hier. Du kannst das essen hier. Bitte. Ja, danke schön. Ja, okay, oder ich gönne mir den einfach für gleich oder so, weil... Hier. Jetzt greift ja sowieso keiner an. Ja, klar. Feuerschutz. Kannst du auch einen Feuerschutz trinken. Haltbarkeit X, Haltbarkeit... Und Federfall, Alter, nice. Was ist da? Schutz 1, Schutz 1. Okay. Hab dich mal vom Kompass entfernt. Okay. So. Mach dich auch mal. Boah, das ist mir eine ziemlich richtig große Map. Ja, es ist 12 mal 2 hier, liebe Freunde. Ja. Und, ja, falls ihr nicht wusstet, es gibt hier auch Teams jetzt mittlerweile. Ähm, spiele ich jetzt. Ich glaube, zum zweiten Mal jetzt, also so an Tagen, jetzt nicht die Runde, aber so an Tagen, so das zweite Mal. Ich hatte eigentlich auch vor, mit Justin so eine Runde vorzuproduzieren, aber da haben wir ein paar Versuche gehabt und, ja, es gelang uns, sich irgendwie eine hinzubekommen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, komm. Oh, kannst du denn angeln? Nein, nein, alter, nein, die Blöcke waren im Weg. Oh, nein, warte, das ist locker so ein Abfucker, der sich hochbaut. Oh, nein. Äh, hast du einen Bogen? N-ne, nee, nee, nee. Hä, lol, irgendwie, wieso kann ich mich denn nicht... Ach so, oh, ist so ein Half-Step. Warte, oh, hier, okay, da ist hier. Gönnst du ihn dir? Oh, oh, ich weiß es nicht. Ja, ja, okay, ja, doch. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ich habe ihn noch mit der Angel die ganze Zeit geboostet. Nice. Falls du es nicht bemerkt hast. Doch. So. Okay, nice. Was wollte ich denn überhaupt noch sagen? Warte, hier, fünf Dias, falls du... Ja, nee, du bist auch voll dir, nice. Ja, ich bin voll dir, ja. Auf jeden Fall kommen jetzt wieder jeden Tag Videos und, ja, bald ist auch noch schon die Gamescom. Vom fünften bis zum Morgen haben wir ein Hotelzimmer mit dem lieben Justin und dem Phil. Das wird auf jeden Fall richtig nice. Das wird richtig geil, auf jeden Fall. Und da werden wir dann auch auf jeden Fall Videos dort machen und, ja, so wie es aussieht, nimmt, glaube ich, jetzt Phil, du nimmst auch ein Ding ins mit, ne? Ähm, der Laptop oder so. Die Kamera ja sowieso. Ja, die Kamera und den Laptop auch. Genau. Ja, doch. Stimmt. Ja, musst du auch mitnehmen, ja. Ja, klar, nee, um mich auch nicht noch drum zu kümmern, um Schneiderprogramm und so. Ja, genau, genau, das musst du auch noch machen. Das klären wir auf jeden Fall nochmal ab hier alle MTS, dann treffen wir uns nochmal und, ja, planen dann schon mal den ganzen Tag vor, damit auch wirklich nichts großartig schief läuft. Und, ja, auf jeden Fall wird es dann so sein, dass, oder ich hoffe mal, das klappt so, weil, äh, wenn man dann direkt da Videos machen könnte. Ich habe jetzt keinen Laptop, ich müsste dann von Phil oder so den Laptop benutzen. Aber ich denke mal, das wird auch nicht großartig das Problem sein. Okay, nice, wir haben beide. Fünfe bleiben. Nice. Ja. Und, ähm, ja, hoffen wir das Beste. Ich habe auf jeden Fall auch meine GoPro da mit am Start, mit der ich dann filmen kann. Nice. Und dann sehen wir mal weiter. Oh, da hinten sind noch Dias. Was ist das hier noch? Ähm, hast du eine Enderperle oder so? Nee, aber auch, nee, das sind wirklich in der Mitte. Alter, hier sind so viele Sachen. Ja, ne? In der Mitte sind auch immer die krassesten Stuffs. Aber richtig krasse Sachen. Oh, ja, da sind wir auch. Ich habe auch zwölf Dias, aber wir brauchen ja keine Dias mehr, ne? Nee, gar nicht, Alter. Kannst alles wegschmeißen. So. Ja, aber Gamescom wird auf jeden Fall richtig cool. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon richtig drauf. Wir müssen jetzt auch gucken, weil wir haben halt für den fünften, das ist nur der Fachbesuchertag, äh, haben wir halt auch schon ein Hotel gebucht. Und da checken wir gerade an dem Tag ein. Und ich persönlich habe jetzt noch gar kein, äh, Ticket. Da müssen wir noch gucken, ob wir da irgendwas finden. Ähm, irgendeine Möglichkeit dann irgendwie noch da hinzukommen. Weil Fachbesucher kann man sich halt einfach nicht so kaufen. Hätten wir dann sonst logischerweise ganz einfach schnell gemacht, irgendwie so ein Ticket gekauft. Geht aber nicht, weil Fachbesucher, ne? Da muss man schon irgendwie was, ja. Mal gucken, wie das Ganze so aussehen wird. Äh, wir machen das dann entweder spontan, wenn uns nichts vorher einfällt. Oder wir schaffen noch irgendwas zu planen. Da ist der eine hier. Ja, da will... Da ist die Frage, wie greifen wir an? Bauen wir uns... Vielleicht warte. Hat der... Hast du riskant das dann mit Schneebeln? Oder gibt's überhaupt noch Schneebeln? Ja, Schneebeln, weiß nicht, Angel oder so. Könnt ihr alles haben. Ich baue mich mal oben lang. Warte, ich gehe eins höher. Baut dich noch höher, baut dich noch höher, baut dich noch höher. Ja, nee, aber der kann mich so oder so mit Angel erreichen. Warte, oh, warte, warte, ich hab ne... Nein, ich wäre runtergesprungen und hätte ihn einfach so runtergeschlagen. Warte, 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 warte. Ja. Hab ihn, Abbie, komm jetzt, komm jetzt. Loll, er hat kein Noctack bekommen. Ja, das ist ein... Ich hab ihn nicht, ich hab ihn. Nee, doch jetzt schon. Alter, er hatte sogar ne Angel, ne? Er hatte ne Angel. Richtig gut, dass wir nicht draufhören sind. War klar, wenn man so schön schaut. Brauchen wir nicht, ne? Oder vorne ist einer. Zurück grad wieder. Ja, dann laufen wir wieder zurück. So, und das war... Nein, nein, ich bin runtergeflogen. Nein. Wie doof war das denn? Ich bin... Och, Mann. Ich hab geknallt. Das war... Ich wollte grad noch sagen, pass auf, Alter. Mann, Alter. Ja, dann spielen wir einfach gleich noch hinten dran ne kleine 4x2er-Map oder so. Wir sehen uns dann gleich wieder, bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon zurück. Wir versuchen jetzt hier auf der Map Labyrinth, 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 was weiß ich was, noch was zu reißen hier. Und ja, das ist eine relativ kurze Map. Also mal schauen, mal gucken, wie das Ganze hier so... Ne? So, wie wir gehen wird. Okay, danke für den Rüstpanzer. Jo, kein Ding. Hier ist auch noch Rüstung drin. Okay. Nimm ich sehr gerne. In der Mitte ist noch niemand. Snackt ihr hier all die Rüstung? Hier ist richtig guter Stuff. Jo, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ja, warte, ich lass extra alles drin. So. So, ich komm, ich komm, ich komm. Äh, ich hab übrigens voll viele Enchanting-Bottles. Also, falls ich dir was enchanten soll. Okay. Ey, lol, hier ist einer. Ja. Ach, die Schutzzeit ist noch nicht vorbei. Ne. Wie lange noch? 3, 2, 1. Okay, der läuft sowieso weg. Okay. Chill mal, chill mal, chill mal. Oh, da kommt einer. Pass auf, nicht sterben, Phil. Nee, 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 nee. Ich hab auch richtig viele Heilungstränke und Goldäpfel. Lol, ich hab richtig viele Dias jetzt. Okay, also, was ich hier jetzt noch sagen wollte in der Aufnahme, in der Runde. Ähm, wir versuchen auch, also wie gesagt, jetzt kommt jeden Tag wieder ein Minecraft-Video, das ist hundertprozentig. Aber wir versuchen halt auch auf der Gamescom irgendwie dann, da werden wir auf jeden Fall was filmen und so, da wird auf jeden Fall von da aus auch irgendwie Vlogs oder sowas geben. Das ist auch die einzige Möglichkeit, so für mich irgendwann mal Vlogs hochzuladen, weil ich das sonst eigentlich nie mache. und, äh, ist... Lol, wir spauen einfach. What the fuck? Ähm, ist für mich einfach eine gute Chance, dann irgendwie auch mal, äh, was Real-Life-mäßiges zu machen. Ich zeig mich natürlich dann nicht, aber ich werd so den Tag trotzdem filmen. Oh, shit. Alter, der hat mich fast... Okay, das... Ja, der ist down. Okay. Äh, sehr schön. Ich kann übrigens noch ein Diabospanzer für dich machen, glaub ich. Nee, kann ich doch nicht. Egal. Nee, schade, kann ich leider nicht. So, dann mach ich mir einfach jetzt noch, äh, Diabos. So, dann... Aber warte, ich hab... Ich hab sechs Dias, egal. Ja, doch, hier, hier drei Stück. Drei Stück hab ich noch... Oh, dankeschön. ...da macht ihr einen Brustpanzer und, äh, gib ihn mir, da kann ich hier den auch entchanten. Äh, no. Shit, da kommt einer, da kommt, da kommt, Alter. Die Chandler zu zweit. Ja, oder, das ist ein zweit, warte. Und, komm schon, ja, ich hab einen geertet. Ah, verdammt, der ist aber da aufgekommen. Okay, komm, dann lass erstmal hier entchanten. Jo. Äh, da liegt Schutz für dich. Aber bringt, glaub ich, eh nicht viel. Egal. Ja, ist egal. Äh, so, und das auch. So, jetzt halten sie mir voll dir. Okay, dann können wir jetzt... Warte mal, da hinten. Der kennt einen. Oh, ich hab... Da ist einer. Der hat sich selber angezündet. Und ich hab ihn... Nice. Okay, sehr schön. Lol, das bist du ja gar nicht. So, warte, ich bin hinter dir. Nicht, dass er dich untersteckt. Nee, nee. Lol, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Oh, ja, ich spring mit runter. Lol, lol, komm mit, hilf mir, hilf mir. Ja, jawoll, der eine ist down. Und der andere? Okay. Und, und, jawoll, alter, nice, den haben wir auch down. Ja, schön. So, und dann haben wir auch die zweite Runde hier gewonnen. Oder jetzt, im zweiten Versuch mal was gewonnen. Ähm, auf jeden Fall werden dann irgendwie Laptops und sowas haben und versuchen dann so gut wie möglich irgendwie da vielleicht von da was hochzuladen, wenn das Internet gut genug ist. Und dann werden auch zwei Videos pro Tag kommen, weil ich dann für die Gamescom auf jeden Fall jeden Tag noch ein Video, äh, Gaming vorproduzieren werde. Dass ihr also während der Gamescom höchstwahrscheinlich zwei Videos sehen werdet, aber eins auf jeden Fall. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen. Und ja, ich bin back aus dem Urlaub. Jetzt wieder fresh jeden Tag ein Video. Ich hoffe, ihr freut euch und ich freu mich auch. Und ja, ich würd, äh, mal sagen, schaut beim lieben Let's Phil vorbei. Deine wahre Folgen sind sehr, sehr, sehr spannend. Äh, schaut dann gerne mal vorbei. Und, äh, ja, gönnt euch auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut bis dahin rein. Und, ja, erst einmal in der Beschreibung, wie gesagt, Let's Phil. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Beatz. Tschüss. Tschüss. Tschüss.